Willkommen zurück liebe Freunde zu Need for Speed Payback. Weiter geht's in der Karriere. Wir haben letzte Folge ja hier die große, wieder eine größere Mission absolviert, wo wir in einem goldenen Lambo eine goldene G-Klasse geklaut haben und ja wir sind da gerade mitten wohl irgendwie im Gespräch was jetzt gleich anfängt und ja ich würde mal sagen wir hören da mal rein. Okay ich muss mich wohl mit den Gambler treffen. Ja aber letztes Mal auf jeden Fall eine relativ krasse Mission. Mich interessiert gerade wie weit sind wir jetzt gerade 72% okay. Also wir kommen voran. Ich muss noch zugeben ich will irgendwie, ich will mit dem Spiel fertig werden. Muss auch so im Nachhinein sagen das ist so eins der Let's Plays wo ich tatsächlich mit am wenigsten, also mir macht das schon Spaß das irgendwo zu Let's Playen aber mir macht somit am wenigsten Spaß von allen die ich bisher gemacht habe. Selbst an der Cover fand ich da noch unterhaltsam. Du hast echt in ein Wespennest gestochen Tyler. Das Haus ist vollkommen konfus und du weißt was man macht wenn ein Gegner schwächelt oder? Man erhöht bis er aussteigt. Es wird Zeit für die Hausliegen. Ganz genau. Euch stehen nur noch drei im Weg. 1% Plus, Diamond Block und Hazard Company. Aber das wird nicht einfach. Navarro hat sie komplett um den Finger gewickelt. Damit kommen wir klar. Das hoffe ich. Ihr seid fast im Outlaws Rush Tyler. Weiter so. Ja, die vier Sachen müssen wir jetzt noch machen. Okay, dann stellt sich jetzt mal wieder die Frage, womit fangen wir an? Also Rennen würde ich so zwischendurch machen. Ich hätte, weil wir das vor kurzem gemacht haben, würde ich das so mit als letztes machen. Ich hätte eigentlich noch mal Bock aufs Drag-Rennen ehrlich gesagt. Oder? Erstmal wieder Offroad. Offroad wäre natürlich auch ganz cool. Stellt sich nur die Frage, was für ein Offroad-Fahrzeug ich fahre. Ob ich mir dafür vielleicht einen kaufe. Ich würde mir leider echt mal überlegen. Ich weiß auch gar nicht, was brauche ich eigentlich für ein Auto? Empfohlen 310. Also ich muss auf jeden Fall tunen. Ähm. Wir gehen erstmal zur Garage und dann gucke ich mal, was ich für Autos habe. Und ansonsten müssen wir uns einkaufen. Tauschen wir mal kurz den Skyline. Den haben wir noch dazu bekommen. Das ist momentan mein schnellstes, beziehungsweise mein bestes Auto. Ich hätte Bock auf was anderes, aber momentan haben wir leider nichts anderes. Ein älterer Subaru wäre halt cool, ne? Ich nehme den jetzt erstmal, dann fahre ich nochmal flott zum Offroad-Händler. Und da muss ich jetzt erstmal gucken. Da muss der sein. Zack. So. Ähm. Geht mir nicht auf den Keks. Hab ich den? Ne, den habe ich glaube ich nicht jetzt als Dings gemacht. Den als Offroad-Händler. Genau, Golf 7 als Offroad-Händler. Ja. Oder ich nehme halt den, den ich schon hab, ne? Ja. Oder selber nochmal eine G-Klasse nehmen. Die sind noch alle gelockt. Okay. Das ist durch ein Car-Pack. Ich finde so, als Offroader passen die alle nicht so. Der hier würde vielleicht noch passen, aber leider, da möchte ich den doch eher im nochmal Need for Speed-Style tunen. Man merkt so, ich bin so kein Offroad-Freund. Aber ich würde sagen, lass einfach mal der Keks jetzt erstmal weiterfahren. Mir egal. Ich will das Spiel sowieso einfach nur durchspielen und äh. So. Dann müssen wir natürlich noch zu einem Lötuning-Shop. Das ist an der Tankstelle. Nehmen wir mal den. Weil das Ding braucht noch ein bisschen Power. So. Du kacke. Okay. Block, Turbo und Getriebe. Das Haus möchte euch alle daran erinnern, sich an unser Tempolimit zu halten. Und... Erwischt? Eure Hüterin möchte euch daran erinnern, so zu fahren, als hinge eure Freiheit davon ab. Denn genau so ist es. Freunde, auf den Straßen herrscht Krieg. Und wie es aussieht, werden Tyler Morgan und seine Crew ihn gewinnen. Während sie versuchen, Silver Rocks Platz im Outlaws Rush zu ergattern, stellt sich eine Liga nach der anderen hinter ihren neuen Racing Champion. Aber noch ist der Kampf nicht vorbei. Das Haus versucht mit aller Macht seinen eigenen Champion ins Rennen zu schicken. Und glaubt mir, diese Liegen sind absolut loyal. Was ist mit dir, Freund? Es ist an der Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden. Wir sehen uns auf der Straße. Wie gesagt, von der Hüterin halte ich auch nichts. Die kann mir geschmeidig am allerwertesten vorbeigehen. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich brauchte, weil da nicht irgendwas von 300 sonst was. Ich weiß es nicht mehr. Auch einen. Also Block. Block und Kopf brauchen wir noch. Rollen wir das noch und dann würde ich sagen, ist es das eigentlich? Und natürlich die ganzen Teile hier nochmal loswerden. Könnte man eigentlich nochmal rollen. Ich glaub, dann gucken wir mal vielleicht nach. Machen wir es mal noch so. Ja, diese Speed Cards, das ist echt schlecht gemacht. Die Idee dahinter ist zwar ganz nett, weil es hat ja auch mit Gambeln zu tun und wir sind ja in einer Art Las Vegas. Aber es ist halt fürs, also man will, das normale Tuning ist halt 100.000 mal besser, ne? So, 310 haben wir jetzt. Reicht das? Ja. Ja, tatsächlich. Also ich musste tatsächlich mich da zu Tode rollen, bis ich da mal ne Schnitte hab. Was ehrlich gesagt ziemlich kacke ist. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, was da abgegangen ist, aber okay. Okay, wir lassen das einfach mal auf uns bücken. Alter, komm doch rum, ey. Das ist halt echt so schlecht in der Fahrversik. Entweder untersteuert dein Auto zu Tode oder du driftest wie doof. Und jetzt hoffe ich, dass das auch dann mal nächstes Mal besser wird mit den Dings. Fällt doch gerade ein, ich müsste eigentlich noch auf Kommentare eingehen. Dann gucke ich mal, dass ich gleich das Video ein bisschen kürzer gestalte und dann am Ende nochmal kurz auf Kommentare eingehe. Okay, das habe ich ja bei Vorsatz auch letztens wieder gemacht. So. Wir sind landteuer, aber ich garantiere dir, wir leben besser als du. Geld in der Hand, Dreck an den Füßen und nichts als der Himmel vor uns. Wir sind die ACID-Campagne. Lauf bei euch. Ich habe mich schon gefragt, wann du hier auftauchst. Du hast mich erwartet? Selbstverständlich. Dein Ruf als Offroad-Maniac eilt dir voraus, Sean McAllister. Ähm, hör zu. Ich will hier nur Rennen fahren. Ja, ja. Aber ich kann nicht gegen jeden bekannten Racer fahren, weißt du? Ich muss sicher gehen, dass du mithalten kannst. Wie wär's mit ner Blitzfahrt zum Erfield. Das ist der Test. Okay. 2000. Geh weg. Beweis mir, dass all die Geschichten über dich nicht nur Märchen sind. Oh, setz sie nicht. Sieh zu und lerne. Haha, du hast Feuer, Kleiner. So. Tatsächlich würde ich jetzt mal so ganz frech behaupten, ab hier habe ich das Spiel nicht mehr weiter gespielt. Ab da war dann Schluss. Da hatte ich dann keinen Bock mehr. Ich meine, okay. Da hätte ich echt noch die Ausdauer haben können und sagen können, komm, ich will jetzt noch bis zum Ende durchspielen. Aber ich habe ja damals auch ein Let's Play dazu angefangen gehabt. Und dann war das in Kombination mit dem Let's Play halt nicht so geil. Und ich merke auch an diesem Let's Play leider wieder, ich tue mich halt mit dem Game ultra schwer. Weil Payback leider ein ziemlich schlechtes Need for Speed ist. Es ist wirklich nicht gut geworden, muss ich echt sagen. Und anders als GoOS finde ich es tatsächlich sogar um einiges schlechter als 2015. Mich stört die Story. Die Fahrphysik ist an sich nicht besser. Sie ist zwar vorhersehbarer geworden, aber dennoch noch schlimmer Break to Drift. Und also 2015 fand ich tatsächlich noch irgendwie cool. Das hat mir irgendwie gefallen. Das fand ich irgendwie, da hat man sich irgendwie besser zurechtgefunden, habe ich das Gefühl. Also die Story macht viel kaputt, aus meiner Sicht. Die Speedkarten sind scheiße. Gameplay ist so lala. Das einzig coole, was mir Spaß gemacht hat, waren eigentlich diese Wracks und die Wrackteile finden. Das war in Ordnung. Das kannst du mal irgendwie in einem anderen Spiel, in irgendeiner anderen Form mal wieder benutzen. Hust, Forza Horizon 5, Hust. Also die können das von mir jetzt ruhig kopieren und dann nutzen die das halt. Also das war jetzt mal wirklich todeseinfache. Aber gut. Wie gesagt, zusammengefasst, das Spiel ist nicht so cool. Wir spielen es trotzdem zu Ende und dann kann ich mit gutem Gewissen Nitrospeed Heat anzocken. Alter, wie viele Rennen sind das denn? Aber gut, ich glaube zwei schaffen wir noch. Tagesausforderung abgeschlossen, ist ja nett. Oh shit! Ich glaube so eine Zwischenzeit gab's bei dem Run noch nie. Ach komm, das sagst du doch nur so. Ich laber nicht drum. Mir ist klar, warum die anderen Clues Probleme hatten. Aber bei uns erwartet dich die Zeit deines Lebens. Rennen wie hier hast du noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie der Free Apple Militia war schon ziemlich verrückt. Verrückt, hm? Wir treffen uns zum nächsten Rennen bei meinem Solarfeld. Bist du dabei? Bei einem Solarfeld? Yes, Sir! Und zu verdanken hab ich's dem Haus. Wir sehen uns da. Mein Solarfeld, na gut. Der erste Rennen mit diesen Hausmarionetten. Wie ist die Summe? Schräg, Tai. Mein erster Eindruck von Holzmann. Er ist kein Arschloch. Was? Der Typ ist dicke mit dem Haus. Ich weiß, ich weiß. Ich war auch überrascht. Naja, egal. Behalt ihn einfach im Auge. Ja, mach ich. Oh, da sind schon die... ...die Solarzellen. Das Solarfeld. Boah. Ja, das können wir mal probieren. Ansonsten viel verlieren wir halt nicht, ne? Das hier wird heftig, Crew. Stellt euch auf einen wilden Ritt ein. Oh, das wird fantastisch. Jetzt geht's rund. Oh, da fährt jemand namens Forest mit. Forest Gump. Das ist schlecht. Ich merke bei den Offroadrennen, ich hab immer Nitro-Mangel. Ach, Mann. Ich seh nix. Komm, ich sterbe. Oder? Warte. Die waren da grad scheiße. Ich wollt schon neu starten. Ich war eigentlich dabei neu zu starten. Aber der erste ist trotzdem viel zu weit weg. Oh, shit! Okay, ich bin erster. Alter, zum Glück habe ich nicht neu gestartet. Aber man muss auch sagen, die haben da echt einige Unfälle gehabt. Das Auto wird richtig mal trittiert, ey. Nice, haben wir doch noch gewonnen. Sehr schön. Aber wir halten fest, dass die auch viele Fehler gemacht haben. Die Wette war es auf jeden Fall wert. Jo, ich würde sagen, ein Rennen fahren wir noch. Für dieses Video. Okay, Slalom gefällt mir jetzt nicht so sehr. Das war es auf jeden Fall. Ihr könnt der Stadt also einfach irgendwas befehlen und es macht es. Wenn du zu uns gehörst, kannst du jedem alles befehlen, was wir anbrennen. Okay, das war einfach. Ich habe für den ersten Moment gar nichts gesehen und den Typen aus dem Leben gekickt. Okay, das war einfach. Ich verkacke gerade ein bisschen, aber wir waren noch ein paar Kilometer vor uns. Nee, Big Mac. Und das war jetzt mega Pech. Das triggert mich gerade übel. Weil ich bin gerade so eben über den Boden geflogen und konnte einfach nicht steuern. Hey, der erste Platz ist für mich reserviert. Ach, Mann. Das hat schon seinen Grund, weswegen ich mit Offroad anfange, weil ich möchte das hinter mich bringen, weil... Ja, komm. Ja. Neustarten. Danke. Tschüss. Hätte ich ja nicht annehmen können. Egal. Boah, das hat gerade getriggert, wie ich da einfach weggeflogen bin und einfach überhaupt nicht mehr auf mein Leben klarkam. Und damit auf mein Leben klarkomme, meine ich auf das Rennen. Ja, du darfst halt echt nicht zu sehr ins Schlingern kommen, ey. Sorry, Lian. Schön auf faire Weise gewinnen. Bam. Ich muss gucken, möglichst irgendwie die Kurven so ein bisschen zu schneiden, dass ich nicht zu viel lenken muss. Ja, die Stelle ist scheiße. Da muss ich echt wirklich langsam fahren. Alter, untersteuern des Todes. Ich hasse Offroad. Aber gut, man muss es halt hinter sich bringen, ne? Das ist halt echt schwierig, ey. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt. Entweder untersteuert das Auto total und du kommst nicht um die Kurve oder es übersteuert total und du verpasst die Kurve, beziehungsweise drehst dich ein. Alter, das war fies. Äh, noch zwei Kilometer, das Rennen ist voll lang. Alter, dein Ernstspiel. Dein fucking Ernstspiel. Das sind so Momente, wo du schreien willst, wo du das Spiel aus tiefster Seele hast. Also das triggert echt übel. So, gewonnen. Meine Güte. Was ein Kack-Event. Das tut mir schon mal leid, dass ich so viel schlechte Laune wegen diesem Spiel verbreite. Aber ihr seht ja, was das für eine Kacke ist. Alter. Ich werde, glaube ich, meine Need for Speed Ranking-Liste nochmal überarbeiten. Ja, ich würde sagen, das Weiterfahren, das erledigen wir im nächsten Video. Was hast du rausgefunden? Doch nichts. Aber mit diesem Wagen stimmt was nicht. Ich gebe hier draußen alles, aber kann kaum mithalten. Alles klar. Grab weiter, Mac. Aber sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Das lass ich jetzt einfach mal so stehen. Okay. Gut, was ich auch noch rausfinden möchte vorher. Ja, da steht schon empfohlen 350. Das heißt, ich muss echt dringend mein Auto tunen. Das ist krass. Gut, dann müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie nebenher machen. Dann porte ich mich mal dahin und dann würde ich sagen, äh, ja, sollen wir das noch jetzt schnell tune? Ich würde sagen, wir können den versuchen auch jetzt schnell ein bisschen aufzupimpen. Weg, weg. Okay, da ist alles weg. Das heißt also, Auspuff, Getriebe und Turbo, Turbo-Auspuff, Getriebe. Ach, verdammt, ich habe gar nicht genug Rolls. Abstand. Also, getriebe welt noch dringend getriebe und block nee doch das macht sogar wieder schlechter damit gleich nochmal rollen roll ich nochmal für getriebe und tobo und dann sind wir erstmal wieder durch und ich merke dass das super viel zeit kostet mit diesen speedkarten das ist halt echt schlecht gut jetzt ist das alles auf 14 344 habe ich jetzt ich könnte mir sogar noch was besseres kaufen der rest macht kaum unterschied dann würde ich sagen dass man die kiste erstmal so ja dann würde ich sagen nächste folge gehen wir dann die nächsten rennen an hier in die slow speed payback und ja ich hoffe ich komme da auch wieder ein bisschen besser durch und ja ansonsten war es das erstmal mit diesem video nächstes mal geht es hier weiter in fortune valley und ich hoffe ihr schaltet dann auch wieder mit ein haut rein Leute bis zum nächsten mal ciao 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 ciao